Hallo Leute und willkommen bei einem kurzen Ankündigungsvideo. Ja, ich starte so ca. 19, 19.30 Uhr wahrscheinlich erst mit einem kleinen Stream auf Hitbox, nämlich auf der Holzhausen-App mit Forst und Landwirtschaft, natürlich im LS15, wie bei den letzten Streams auch, nur für die, die es noch nicht wissen, man kann dabei sein, weil ich werde das Ganze hosten auf meinen Rechner und gleichzeitig streamen, das geht sich von meiner Leitung leicht aus. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere ein bisschen mitspielt. Wir haben zwar noch nicht so viele Maschinen oder Zuschauer zumindest, wir haben zwar noch nicht so viele Maschinen, aber die werden wir uns erarbeiten. Wir sind schon dabei, ganz fleißig dran. Wir haben ein paar Velo gekauft schon und so weiter und so fort. Und ja, ich freue mich auf den Stream. Bis denne und haut rein und schaut zu. Mich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.